Der Schluss seiner Show, eine ungewollte Flugeinlage, so war das alles nicht geklappt. Dabei hatte er sich so viel vorgenommen, es sollte der Startschuss in eine große Karriere werden. Naja, ich mach das alles für meine Sohn, nochmal. Chance vertan, im entscheidenden Moment Pech gehabt, so empfindet es Konstantin. Weil ich, für mich persönlich, ich bin sehr enttäuscht. Ich hoffe noch, dass die Zuschauer nicht mit diesem Jahr, so wie es auch hier. Ich habe gemerkt, dass es vielleicht schon so ist. Dass man nichts hört, weil ich will mich jetzt rausgehen, aber meine Stimme ist halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und vielleicht wie es da war dann so. Auch was ist denn mit deiner Stimme? Ja, ich war erkältet, meine Stimme ist tiefer geworden, dann habe ich jetzt den Karsten nochmal anguckt. Da habe ich viel höher gesungen und auch gesprochen, vielleicht wie es da war dann so. Hören wir mal an, jetzt Karsten, da hat er noch gebraucht. Hören wir mal an, jetzt Karsten, da hat er noch gebraucht. Ja, da müssen wir mal, die Damen und ich wurden unterschiedlichen Autos gerade gehört und gesehen haben. Du warst wirklich im Plastik echt prima. Du warst eine gefühlvolle, tolle Stimme von Nika. Und das finde ich jetzt auch noch, du hast eine wirklich gute, gefühlvolle Stimme. Aber du hast fast eine Stimme kontinuierlich schief gesungen und hast die Töne nicht sauber getrocknet. Und Tim, das gehört einmal, also ich weiß nicht, ob du dich gut gehört hast, ob das an deinem Stimmbruch liegt, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es war wirklich kontinuierlich von vorne. Vielleicht auf der Stimmbruch, auf die Entkältung, hier so ein Stein in der Mitte liegt. Ja, wahrscheinlich, ja, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, auch nicht. Ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht, bis zum nächsten Mal. ... Sau, 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 sau. Vielen Dank.